Willkommen zurück zur gepflegten Leguhandhaltung. Hallo. Wir sind mittlerweile bei Heft Nr. 3, Tüte Nr. 5 und bauen jetzt die Kapelle sozusagen. Sieht aus wie eine Rakete. Sieht aus wie eine Rakete. Könnt ihr das sehen? Ne, könnt ihr nicht. Ist egal. Ihr werdet es ja sehen, wenn es fertig ist. Genau. Oh, das wird ein kurzes Tütchen, aber das sagen wir auch immer. Das sagen wir immer, aber ist es ja nicht. Ich kümmere dich mal um das Heft gehen. Ich kümmere mich darum, dass die Leute mal sehen können. Du kannst ja Gimli zusammenbauen. Ja. Ist ja der wenigstens komplett. Ja, der ist komplett. Die sehen so bullig aus und haben so schrullige Namen, will ich das mal so sagen. Ja, schrullig. Ja, ist doch so. Gegen die kleinen Sohne. Was ist er? Von welcher Rasse ist er auch? Das ist der Zwerg. Ein Zwerg. So. Wenn ich mir den angucke, sieht der so bullig aus. Aber der guckt nicht so grimmig. Das sieht aber auch aus. Hm. Ja, der Wachter ist immer... Wacht. 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 Und da sind sie auf der Mauer. Und dann kommt ja die Orukai-Armee. Und dann sagt Legolas, soll ich dir einen Hocker holen? Oder kannst du ja noch sehen. Also die Szene ist sehr lustig. Soll auch so sein, ja? Ja. Okay. Diskriminiert. Ja, die Elfen und Zwerge mögen sich ja nicht. Also deswegen... Einmal Gimli? Ein bisschen Foppen. Warte zu. Bist du ja schon fertig? Wie schon fertig? Die Hälfte der Steine ist schon weg. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja wohl. So, du kannst ja immer die andere Hälfte. So wie immer. Aha, wie immer. Wo bist du? Hier? Da, genau. Da fehlen jetzt grüne Steine hier. Ne, fehlen nicht. Aber du gar. Wollte ja sagen. Also bitte, ja? Einer kann theoretisch noch fehlen. Mal gucken, wie gut. Hier rum die Züge an. So. Hm, genau. Und dann kommt der Reihe. Genau. Der Truf. Hätte ich aber auch noch gemacht. Genau, dann würde ich mal lieber um deine Seite. Ja, bei mir ist nicht so viel los. So, das war schon die Seite. Ey. Was denn? Ey. Lass dir halt bei dir ist nicht viel los. Dann denke ich mir, gut, dann mach ich halt. Genau. Bitte. Hier, könnte das der Busch von vorhin noch sein? Das kann sein, ja. Ja. Ich hab das sortiert. Hatte ich ja auch. Ja, hattest du. Nach deinem Gutdünken. Passt schon noch nach dem Motto. Wir hatten nämlich vorhin eine Stelle, wo... Da. Da oben, glaube ich. Oder da unten. Da unten. Aber wir können ja gucken, ob der wirklich überbleibt. Ne, tut er nicht. Der kommt nämlich direkt hierher. Ja. Du vordig nicht zu früh. Es ist immer noch dein Fehler. Warte, warte. Kommt er nicht unten? Ne, kommt keiner. Kommt nicht. Kommt nicht. Kommt nicht. Dafür kommt vier Mal dieser hier. So, dann kommt dort. Speedbuilding. Ja, Speedbuilding. Let's speedbuild. Ja. Da kommt noch der. Ach, du bist schon... Im Sankt Nimmerlein bist du schon. Bin ich gar nicht. Gar nicht. Ich bin ja wohl. Du bist einfach zu langsam. Weißt du... Wieso machst du da zwei drauf? Weil da zwei drauf kann. Alles klar. Genau. Ich sehe, ich sehe. Das ist gut, dass du siehst. Nein! Verdammt. Nein! Ich weiß nicht, diese Bögen baue ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Die haben mir mal was. Okay. Was haben die denn? Sowas an sich. Verstehst du? Verstehst du ja nicht, ne? Verstehe ich doch. Verstehst du ja nie. Ach, Quatsch. Erst der. Mann! Kannst du überhaupt was? Ja, kann ich. Was denn? Legoborn. Das sehe ich. Was für ein Teiltisch was ist da sein? Die Toilette? Nee, nee, nee. Wie gesagt, das wird diese... Cool. Kapelle. Wo er das Rufrohr dann schlägt. Das war schon Tüte Nummer fünf. Sind zwar noch fünf Minuten, aber ich denke, wir machen traditionell unseren Cut hier. Genau. Weiter. Also wenn ihr weiter sehnt wollt, müsst ihr bis nächste Woche warten. Oder eben warten bis das ganze Let's World hochgeladen ist. Was ihr natürlich nicht macht. Also wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.